Und wir kommen zum nächsten Thema. An Rekorde ist ja Musik-Superstar Taylor Swift schon ziemlich gewöhnt. Jetzt hat ihr gerade veröffentlichtes Album The Tortured Poets Department schon wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Innerhalb eines Tages wurde es bei der Musik-Streaming-Plattform Spotify mehr als 200 Millionen Mal wiedergegeben. Es ist ein Doppelalbum mit 31 Songs, in dem sich Swift vor allem mit dem Thema Trennungen beschäftigt. Mehr von Bastian Hartig. Es ist nicht ein Erdbeben, es sind zwei, mit denen Taylor Swift die Pop-Welt erschüttert und ihre Abermillionen-Fans weltweit ins Delirium katapultiert. Zwei Stunden nachdem ihr lange erwartetes neues Album in den Streaming-Diensten auftaucht, legt sie nochmal nach mit 15 zusätzlichen Songs. In The Tortured Poets Department, die Abteilung der gefolterten Poeten, tut Taylor Swift das, was sie am besten kann. Mit atemloser kryptischer Lyrik arbeitet sie ihren Herzschmerz auf und sich an verflossenen Liebschaften ab. Zum Beispiel dem englischen Schauspieler Joe Alwyn. Mit 31 Songs ist es das längste Taylor Swift-Album überhaupt, aber auch das verletzlichste, das komplexeste. Die größte Pop-Ikone der Gegenwart gießt damit frisches Öl ins Feuer ihres ohnehin schon beispiellosen Erfolgs. Mehr als 300 Millionen Mal wird The Tortured Poets Department in den ersten 24 Stunden nach seinem Erscheinen auf Spotify gestreamt. Das gab's noch nie. Im Februar gewinnt Taylor Swift als erster und einziger Mensch zum vierten Mal den Grammy für das beste Album des Jahres, für Midnights. Ihre Eras-Tour sprengt alle Rekorde, spielt als erste Konzerttournee der Geschichte mehr als eine Milliarde Dollar ein, nach noch nicht einmal der Hälfte der geplanten Shows. Und auch privat läuft's bei Taylor. Seit Herbst ist sie mit dem American Football-Star Travis Kelsey liiert. Mit ihrem Auftauchen beim Super Bowl zieht sie das Megasportereignis in den Orbit des noch gigantischeren Swift-Diversums. Nach der Album-Veröffentlichung geht Taylor Swift's Eras-Tournee am 9. Mai in Paris weiter. Das nächste Rätsel, wie sie die neuen Songs in ihre mehr als dreistündige Show integrieren will. Die Frage wird sein, ob die Songs dieser neuen Ära am Schluss der Show kommen oder ob sie sie schon früher spielt. Ich glaube, sie spielt sie am Ende. Im Juli kommt Taylor Swift für sieben Konzerte nach Deutschland. Und natürlich sind alle Auftritte schon längst ausverkauft.